Hallo Leute! Willkommen auf meinem Kanal bzw. bei meinem allerersten Video. Ich dachte, ich drehe mal so ein Vorstellungsvideo, um euch zu erzählen, wer ich bin und was euch auf diesem Kanal alles so erwartet. Also, ich bin Jonathan aus Potsdam, freut mich sie kennenzulernen. Falls ihr dran bleibt, erwarten euch auf diesem Kanal vor allen Dingen zwei Arten von Videos. Erstens richtige Comedy-Videos, also Sketche, Parodien und apokalyptische Weltuntergangsvorstellungen. Zweitens habe ich vor, Vlogs zu machen. Ich weigere mich, sie Vlogs zu nennen. Also, zu bestimmten Themenquatschen, bei denen mich eure Meinung ganz besonders interessiert. Das Ganze läuft dann hier unter dem Namen Y-Log. Damit ihr euch darunter was vorstellen könnt, verlinke ich hier, sobald der Maum hochgeladen ist, meinen allerersten Y-Log. Thema ist der unendliche Weltraum. Von diesen beiden Kategorien wird es ungefähr je eins pro Woche geben. Das heißt, zwei insgesamt, manchmal wahrscheinlich weniger, weil ich keine Zeit hätte oder ein Video besonders aufwendig war. Deswegen werde ich auch keine festen Tage ausmachen, aber darauf könnt ihr euch ungefähr eins stellen. Sonst kommen vielleicht noch manchmal so Behind-the-Scenes oder Community-Videos. Irgendwann in ferner Zukunft. Für die es sich definitiv nicht lohnen würde, einen Zweitkanal zu erstellen. Was hatte ich denn noch? Ah! Also, ich persönlich liebe Specials bei meinen Abos. Und wenn die dann auch noch gut gemacht sind, was will man mehr? Deswegen wollte ich so eine Regelung einführen, wann ich Specials mache, damit ich nicht oft gefragt werde, wie das ja bei größeren YouTubern der Fall ist. 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 100,000, 250,000, 500,000, eine Million. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Und für alle, die jetzt schreiben, ey, du wirst niemals auch nur 500 Abos haben. Ich weiß, ich weiß, das ist unwahrscheinlich. Aber träumen darf man doch, oder? Falls das so ein bisschen euer Interesse geweckt hat, dann bleibt mehr halten. Nächste Woche kommt mein erster Sketch, hier verlinkt, sobald er online ist. Schaut auch da mal vorbei. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!